So, heute bin ich mal im Spessart unterwegs, beziehungsweise im Kurfranken. Allerdings ist hier viel Verkehr, weil ich mich noch im Ort befinde. Hier gibt es jetzt ein Infoschild. Hier ist zum Beispiel auch dieser fränkische Marienwanderweg. Die beiden lassen sich nur unten, aber es gibt auch eine Südsee. So, dann gehe ich mal weiter und hoffe, dass ich bald hier den starken Verkehr verlasse. Jetzt geht es hier in die Schlossstraße. Hier gibt es auch schöne alte Häuser. Zeige ich euch gleich mal hier eins. Und natürlich gut beschildert. So, und hier geht es jetzt erstmal weiter.